Ich verstehe es nicht. Ständig sagen mir Leute, dass ich Soße falsch ausspreche. Wie kann man Soße falsch aussprechen? Soße? Soße bleibt Soße. Das schreibt man mit dem Ringel-S und spricht man Soße aus. Soße! Hä? Was mache ich falsch? Sprich meine Soße, Soße, Sieße, Soße, 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 Soße. Was denn jetzt?